Hannelore Erika Hoger ist eine deutsche Schauspielerin, Theaterregisseurin und Hörbuch- sowie Hörspielsprecherin. Bekannt geworden ist sie durch ihre Zusammenarbeit mit dem Regisseur Alexander Kluge und durch ihre Darstellung von sowohl resoluten als auch mitfühlenden Figuren wie der Fernsehkommissarin Bella Block, die sie von 1994 bis 2018 im ZDF spielte und die der Privatdetektivin Charlotte Burg in der 27-teiligen Krimiserie Die Drei, welche sie von 1996 bis 1997 verkörperte. Privatleben Hannelore Hogers Vater Leo Hoger war Schauspieler und inspizient am Ohnsorgtheater, ihre Mutter arbeitete zu Hause als Schneiderin. Hoger hat zwei Schwestern und einen Bruder. Mit 14 Jahren bekam sie am Theater ihres Vaters ihre erste größere Rolle, ein Jahr später stand ihr Entschluss fest, auch Schauspielerin zu werden. Einen häufig erwähnten ersten Bühnenauftritt im Alter von fünf Jahren bezeichnete Hoger jedoch in einem Interview als ein »Gerücht«. Aus einer Beziehung mit dem Schauspieler Norbert Ecker entstammt die gemeinsame Tochter Nina Hoger, die ebenfalls den Schauspielberuf ergriff. Sie war viele Jahre mit dem Schriftsteller und Filmemacher Alexander Kluge liiert. Bis 2006 war sie sieben Jahre lang mit dem Philosophen, Schriftsteller und Pianisten Siegfried Gerlich zusammen. Karriere Ausbildung und Theater Hoger begann 1958 ihre Schauspielausbildung an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Seit 1961 stand sie in Ulm, Bremen, Stuttgart, Köln und Berlin auf der Bühne und von 1981 bis 1985 in Hamburg. Dort wurde ihre Zusammenarbeit mit Augusto Fernandes zu einer prägenden Erfahrung. Um ihre Fähigkeiten zu verbessern, nahm sie einige Male Unterricht bei Lee Straßberg. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Arbeiten unter Intendant Kurt Hübner am Ulmer Theater und am Bremer Theater am Goetheplatz. Hervorzuheben ist dabei ihre Zusammenarbeit mit dem Regisseur Peter Zadek. Mit ihm ging sie 1972 auch ans Schauspielhaus Bochum. Film und Fernsehen 1965 gab Hoger unter der Regie von Peter Bove in Tag für Tag in der Hauptrolle der B.T. Bryant ihr Filmdebüt. Sie arbeitete wiederholt mit dem Regisseur und Produzenten Alexander Kluge zusammen, der in seiner experimentellen Filmästhetik von den Schriften der Frankfurter Schule beeinflusst war, so in die Artisten in der Zirkuskuppel, Ratlos, Der große Verhau, Willi Tobler und Der Untergang der Sechs. Flotte, Deutschland im Herbst, Die Patriotin und Die Macht der Gefühle. Einem breiten Publikum wurde Hoger vor allem in der Rolle der Kriminalhauptkommissarin und späteren Passionärin Bella Block, die sie von 1994 bis 2018 spielte, bekannt. Von 1996 bis 1997 übernahm sie als Privatdetektivin Charlotte Burg in der 27-teiligen Krimiserie Die Drei eine weitere Serienhauptrolle. Im Fernsehen war sie etwa als Filmregisseurin Antonia Brückner an der Seite von Lisa Martinek, Christoph Waltz und Lieselotte Pulver in Stefan Meyers' Fan-Serie-Make Die Zürcher Verlobung – Drehbuch zur Liebe zu sehen. 2008 spielte sie in dem Märchenfilm Das tapfere Schneiderlein die Rolle der Pflaumenmustbäuerin. 2009 besetzte sie Rainer Kaufmann in seinem Spielfilm Ellers Geheimnis in der Titelrolle. 2014 agierte sie als an vaskuläre Demenz erkrankte Lisbeth, Lissi, Dirksen in der Tragikomödie Nichts für Feiglinge. In Richard Hubers Tragikomödie Langlebe die Königin übernahm Hooger gemeinsam mit Gisela Schneeberger, Judy Winter, Iris Berben und Eva Mattes für ihre im April 2019 verstorbene Kollegin Hannelore Elsner die Szenen, die die schwerkranke Schauspielerin nicht mehr selbst abdrehen konnte, um den Film als Hommage an sie fertigzustellen. Sie spielte auch in diversen Kinofilmen mit U.A., 1997 in Helmut Dietls Rossini, oder Die mörderische Frage, wer mit wem schlief, wo sie ihr komödiantisches Talent als Klatschreporterin Charlotte an der Seite von Mario Adolf zeigte und ebenso 2015 in Oskar Röhlers Tod den Hippies. Es lebe der Punk als Mutter Gisela des von Tom Schilling dargestellten Hauptprotagonisten Robert Roter. Theaterregie seit den 1980er Jahren inszeniert Hooger auch Theaterstücke wie etwa Krötz, Stallerhof am Schauspielhaus Bochum, 1986 Friedrich Hebbels Maria Magdalene am Staatstheater Darmstadt, Bernharz am Ziel und 1989 am Theater in der Josefstadt Wedekins Frühlings erwachen. Sie ist rigide selbstbewusst, wohl nur schwer zu haben fürs weniger Attraktive, sie gilt als »schwierig«, eine intelligente Diva. Als Schauspielerin ist die Hooger eine Entdeckerin, Verführerin, deren wache Neugier auf Figuren ansteckt. Anstiftet. Sie blieb als Regisseurin die erfindungsfreudige Beobachterin, die neugierige Entdeckerin, die sie als Schauspielerin war und ist »eine Fantasiefreisetzende, anspornende Virtuosin des Schauspielhandwerks«, Eckhard Franke. Theater heute Weitere Tätigkeiten Ab 1990 spielte sie gemeinsam mit dem Schauspieler Dietmar Mues und dem Pianisten und Sänger Joachim Kunsch in unregelmäßigen Abständen in verschiedenen Städten das Programm »Außenrot und Innen«. Ein Tucholskyabend, in dem drei Texte des Satirikers Kurt Tucholsky schauspielerisch aufbereitet wurden. Seit Sommer 2005 treten Hannelore Hooger und ihre Tochter Nina Hooger zusammen mit dem Ensemble Nosten auf. Gelegentlich tritt sie mit ihrem früheren Lebensgefährten, dem Pianisten Siegfried Gerlich, mit verschiedenen Programmen auf. Soziales Engagement Ihre Popularität stellte Hooger in den Dienst für soziale Anliegen wie die Kampagne des BMFSFJ »Hinsehen«, »Handeln, Helfen« gegen sexuelle Gewalt an Kindern von April 2004 bis Februar 2005. Hooger beteiligte sich 2003 auch an einer Aufklärungskampagne der Deutschen Krebshilfe für ein frühzeitiges Mammographie-Screening gegen Brustkrebs. In ihrem Kommentar zum Jahreswechsel 2001-2002 wies sie darauf hin, dass die globale Marktwirtschaft täglich 24.000 Menschen das Leben kostete. Seit 2007 ist sie Schirmherrin der Kampagne »Jede Oma zählt«, der Hilfsorganisation Hellpage Deutschland, mit der Unterstützer für Hilfsprojekte zugunsten alter Menschen in Entwicklungsländern gesucht werden. Auszeichnungen 1975 Schauspielerin des Jahres der Zeitschrift Theater heute 1987 Goldener Gong für ihre Darstellung in die Bertinis 1989 Deutscher Darstellerpreis 1994 Adolf Grimme-Preis für Bela Block 1996 Goldener Löwe von RTL als beste Schauspielerin für den Fernsehfilm »Liebestod« in der Reihe Bela Block 1996 Bayerischer Fernsehpreis in der Kategorie »Schauspielerin Fernsehspiel« für Bela Block 1998 Goldene Kamera als beliebteste deutsche Kommissarin für Bela Block 2001 Helmut-Koltner-Preis der Stadt Düsseldorf 2001 Biermann-Ratien-Medaille der Hansestadt Hamburg 2002 Robert-Geisendörfer-Preis »Sonderpreis der Jury« für ihre herausragenden Charakterdarstellungen 2012 Grimme-Preis »Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschulverbandes 2012 Stern auf dem Boulevard der Stas 2013 Ehrenpreis des hessischen Ministerpräsidenten für besondere Leistungen im Film- und TV-Bereich 2020 Otto-Müschlegel-Preis